Totaler Abfuck für die Besucher des Hotels. Justin Bieber und Hailey tun es wirklich. In South Carolina wollen die beiden sich das Ja-Wort geben, aber alles dreht sich nur noch um die beiden und andere Gäste haben gar keinen Zutritt mehr zu bestimmten Bereichen des Hotels. Natürlich sind sie alle total genervt deswegen. Für die beiden läuft es aber aktuell perfekt. Auch die Party von Hailey war ein voller Erfolg und Kylie Jenners Schwester war vor Ort. Sie haben alle zusammen gefeiert und ein paar Fotos gibt es davon bereits schon. Doch nun wird es wirklich ernst am 30. September. Denn an diesem Tag werden die beiden Stars sich offiziell das Ja-Wort geben. Und dann ist wirklich alles offiziell. Ich bin schon sehr gespannt. Freut ihr euch auf die Hochzeit? Und was für eine Hochzeit wird es sein? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Tag The Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben.